An den Fassaden der CityCube an der Jaffe-Straße sind der Schriftzug und das Logo angebracht worden. Wenn die Temperaturen über 10 Grad klettern, erhält die Fassade noch eine Ummantelung aus Textilgewebe. Die neue Kongress- und Messehalle, die das ICC ersetzen wird, soll im Mai dieses Jahres mit dem DGB-Kongress eröffnet werden. Untertitelung des ZDF, 2020